Das ist Batman, unser kleines Pflegeküchen, das adaptiert wurde von unserer Hündin, Lala. Und das krempelt hier so einiges um. Batman wurde von seiner Mutter nicht angenommen und das hat Lala dann erledigt, nachdem wir ihn mit einem Föhn wiederbelebt hatten und enteist hatten. Er war halt erfroren und ja, jetzt haben wir eine Menge zu tun damit. Aber er schläft schon durch, weil wir brauchen nachts keine Wärmflasche mehr machen. Batman hat schon gesagt. Man schaut nach ihnen und die Wärmflasche mehr machen. Hallo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020